halli hallo hallöle und herzlich willkommen zu exorsock der minecraft hier in farbe im bund und in die kolöre genau gut wir machen ja noch hier so wie in der optik ein paar bäume weg so kann man immer mal machen ja so ein baum weg kloppen und ich sehe gar nicht so viel weil hier ist schon ein ufer teil irgendwann werden wir das hier auch noch ein bisschen runter setzen also dieses gebirge hier ist ein hügel ist ja kein richtiges gebirge um das auf der anderen seite so ein bisschen anzugleichen lassen hier in den fluss gehen werden paar große bäume zwischen so vereinzelt er aber dafür und hier so schön ein anglerparadies machen aber das ganze machen nicht wir heute sondern jetzt esse ich erst mal ein brot und dann woher und da ist die hülle und dann wollen wir mal schauen dass wir jetzt so langsam damit anfangen die kirsche ja da ist die kirsche und mit der wollen wir hier anfangen das heißt wir werden erst mal das ganze material was wir jetzt gerade produziert haben gerade ist gut ein paar folgen lang natürlich erstmal wegpacken so holz 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 ohne ende hier werden wir mal das werkzeug loswerden da kommt was zusammen hier auch natürlich loswerden alles ja 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 so alles mal weg hier so ich brauche einmal erde dann brauchen wir bruchstein bruchstein hat mal jede menge das kräftig wir hatten ja uns extra bruchstein besorgt wir haben es uns besorgt dann brauchen wir jetzt hacken wir nehmen noch mal eine zweite spitzhacke weg wir hauen uns noch mal hier bruchstein voll weil bruchstein wir werden so viel bruchstein brauchen auch hier die stufen werden wir brauchen dann brauchen wir auch noch die seiten teile ich suche gerade wo wir die hatten wir haben hier halb steps teile hier drinne hier haben wir noch mal eine stufe irgendwo haben wir doch diese pseudo sound teile haben an die hier haben wir noch mal die hier so die nehmen wir mal mit das nehmen wir mitnehmen ah hier sind sie ich wollte so sagen dass wir sie irgendwo haben haltet ist holz da kommt später gut sehr schön gut fangen wir mal mit der kirche an und für die kenner unter euch die hin und wieder mal in die kirche gehen es gibt ja so leute die gehen in der kirche immer wieder sonntags oder so wenn sie messe haben es gibt auch verschiedene arten von kirchen es gibt auch moscheen es gibt tempel anlagen es gibt alles mögliche und innerhalb von meiner ganzen lebenszeit ist mir aufgefallen dass spiritu spiritualität oh gott tolles wort dem menschen insgesamt sehr wichtig ist warum das so ist kann ich nicht erklären aber menschen mögen diese spiritualität das gibt ihnen so einen gewissen hals die stehen da drauf und ähm ja deshalb fangen wir hier an sozusagen auch hier spirituell sozusagen zu bauen und äh solche standard kirchen wie wir sozusagen sie hier ähm europa haben also mittleren europa also hier deutschland frankreich auch italien ähm naja wisst schon was ich meine also da wo hauptsächlich christentum ist ähm haben alle einen sagen wir mal recht ähnlichen aufbau und dieser aufbau hat natürlich auch eine funktion ich versuche diesen funktionen natürlich jetzt einigermaßen gerecht zu werden äh die funktion besteht zum beispiel da drin dass äh der der pfarrer oder der priester oder wer auch immer in so einem gebäude gut verstanden wird sprich die dinger sind so gebaut dass sie eine tolle akustik haben also wenn man da in dieser redner kanzel ist dann wird man super verstanden selbst ohne tollen mikrofonen das hatte man ja damals nicht gehabt und deshalb musste man gebäude so bauen dass wenn man selbst auf dieser kanzel flüstert also wenn man die kanzel hier wäre dass man den jenen hier vorne noch versteht der da vorne sitzt also von hier bis dahin super pum passt dann war natürlich diese gebäude generell so aufgebaut nach einem gewissen schema der göttlichkeit man hatte damals gebäude so gebaut dass die sozusagen den idealen schnitt haben und solche geschichten und dann hatte man natürlich gebäude noch so gebaut dass diese muss ich erstmal gleich schlafen gehen dass diese sozusagen so aufgebaut wurden dass die natürlich auch statisch sind und man hat ja damals nicht solche baustoffe wie heute das heißt also man musste dementsprechend na was los aha man musste dementsprechend natürlich der schuldigkeit tun der statik zu tun aber das werden wir dann gleich alles sehen jetzt bauen wir uns sozusagen erstmal so langsam nach oben und diese gebäude sind wirklich verdammt hoch generell also solche gebäude sind immer verdammt hoch wirklich verdammt hoch die zeigen immer alle größe und dann ist es egal welche glaubensrichtung man geht solche gebäude die den menschen irgendwie in einer verbundenheit mit seiner christlichen äh christlichen mit seiner göttlichen immigration bringen sollen äh sind immer groß generell immer groß aus zwei einfachen Gründe viele götter wohnen dort da oben da zwischen den Wolken oder sonst wie die kommen von oben ähm das hat die Begründung da drin dass äh wir da oben etwas wirklich haben was wir unser Leben unsere Existenz verdanken können ratet mal was ja die Sonne ja die Sonne ist in vielen frühen Kulturen das Bild überhaupt ja also zum Beispiel allein mal die Sonnenscheiben Ägypten Pipapo Sonnenkult und sonstige Geschichten äh die Sonne ist sozusagen das erste Bild der Göttlichkeit und damit auch eine bestimmte Form rund die Sonne also wenn man jetzt keine technischen Hilfsmittel nimmt ist perfekt in der runden Form und so wurden sozusagen die ersten perfekten Formen äh von der Menschheit genommen also rund komplett kreisrund ist die perfekte Form überhaupt und die Sonne seht ihr da ist rund hier ein bisschen Anti-Aliasing Trepping Form wenn ich hier mal so ranzoome da da seht ihr die Treppenform aber in der rechten Welt hat man ja diese Treppenform nicht ja wenn man nahe noch ranzoobt da hat man eben dieses Quantenschimmern aber so gut sieht das menschliche Auge nicht also Quantenschimmern werdet ihr in der Sonne also am Rand nicht erkennen das einzige was ihr an der Sonne sozusagen am Rand erkennt ist die Tatsache dass wenn ihr Mondfinsternisse habt dann seht ihr hier außen hier diese Corona aus ne und die ist ja nicht ganz perfekt rund ne die hat ja eine andere Form ja so ist das also so entstehen zum Beispiel die Form der Göttlichkeit und viele andere Formen sind dann mit entstanden dann gibt es den goldenen Schnitt und dann gibt es dieses dieses Schneckenmuster kennt ihr bestimmt mit diesen mit dieser mit dieser vierer abnehmenden Summe und solche Geschichten und so entstehen in verschiedenen Kulturen unterschiedliche Formen und dadurch sehen die Gebäude die die Menschheit mit den Göttern verbinden auch immer etwas anders aus aber eins haben sie halt immer generell gemeinsam sie sind groß werden prächtiger und immer prächtiger je älter so eine Kultur wird und sie zeigen immer hauptsächlich in die Richtung es geht nach oben und eine interessante Sache ist in verschiedenen Kulturen haben die Himmelsrichtungen auch noch eine gewisse wichtige Funktion weil der Mensch als solches sehr früh angefangen hat da auch die Sterne zu beobachten und die Positionen und dementsprechend halt auch eine gewisse ja für sich entstehende wichtige Konstellation wann kann ich ernten und solche Geschichten das ist ja für die Menschen auch sobald er angefangen hat Kulturen zu gründen von enormer Wichtigkeit weil es mussten ja dann nicht auf einmal nur zwei drei Menschen sozusagen von der Jagd und vom Sammeln satt werden nee nee sondern je größer eine Kultur wird umso spezialisiert wird jeder einzelne in der Kultur und dementsprechend ist das so dass natürlich jemand der Nahrung macht der Bauer oder auch der Jäger es gibt ja verschiedene Jagdzeiten natürlich enorm davon abhängig war um zu wissen wann ist die ideale Zeit zum Beispiel um das Saatgut rauszubringen und auch diese Funktion haben die Institutionen der Gotteshäuser beziehungsweise das Personal in den Gotteshäusern getätigt da hatten sie zum Beispiel Feiertage extra dafür so ist dann nachher auch der Kalender entstanden und so weiter und so fort ein sehr interessantes und faszinierendes Thema selbst als jemanden wie mich der zum Beispiel gar nicht an Götter glaubt also von daher immer selbst wenn man kein Interesse an das Thema selber an Götter hat aber es ist trotzdem immer interessant zu wissen wie das alles zusammengehört also von daher immer ganz toll gut wir haben die erste Ebene die erste die erste Höhen Ebene abgeschlossen und jetzt kommt ja das erste das erste schwierige das erste schwierige besteht da drin dass wir hier so ein Ding in Spawn so eine Anhörung und die Anhörung besteht aus verschiedenen Höhenmustern das wird jetzt ganz kompliziert und zwar von der Seite geht es von der Seite so hoch dann versuche ich hier ein Kreissegment hineinzubilden und beziehungsweise hier machen wir noch so ein Teil also so ein Höhen Ding und auf der Seite versuchen wir das hier so reinzuziehen oh Gott das wird richtig lustig alleine wenn ich mir das gerade schon vorstelle was ich hier vorhabe dann dann habe ich richtig schon voll Laune das Projekt abzubreschen nee natürlich nicht so das heißt wir fangen mal hier an ich hätte eigentlich bis hier machen können ja ich weiß oder wir machen fangen hier an wir glaube ich fangen hier an ja 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 oh Gott das wird wieder lustig oh Gott oh Mann der will doch nicht so wie ich will komm mach das danke nein oh Mann das wird echt lustig da muss ich mich konzentrieren und ich und konzentrieren also Leute die mir ja schon länger zu schauen die wissen ganz genau was für Fähigkeiten ich in Konzentration habe äh keine gut wir werden es hier mal einzeln klicken das ist glaube ich ich wollte ein bisschen so tricksen seht ihr was ich meine ich wollte einfach so hinter so rückwärts gleiten und dann einfach droppen das geht nicht das heißt also ich muss hier das irgendwie so setzen ja das wird richtig anstrengend wenn ihr denkt so Bäumefell mit mir ist anstrengend anzuschauen nein das setzen von ähm Treppenstufen am Rand das ist ätzend und zwar richtig ätzend kennt ihr Salpetersäure ja die ist ein Witz das hier ist ätzend nach ooooh eieieieiei so das ist schon mal okay ja das kann ich ja weg machen und weg damit Erde habe ich genug also deshalb werde ich jetzt die da nicht einsammeln ne und vor allen Dingen wenn ich das da hinten abtrage werden wir noch mehr Erde haben ja ja wir werden so viel Erde haben dass ich vielleicht nachher das auch sage dass es Dirt ist ne wie gesagt ich habe ja früher auch schon Minecraft gespielt als das dann auf Englisch war da war das ja einfach nur generell Dirt war ja die Englischsprachigen das eher als Dreck bezeichnen und wir nennen das als Erde ne für uns ist das die Heimat ne die Erde Erde finde ich sowieso irgendwie interessant und lustig dass man ja das Erde nennt obwohl man schon auf der Erde sich befindet sowieso in manche Wortbildungen sehr interessant sind aber so hat man zum Beispiel ja im Englischsprachen ja die Abstufung da ist es ja nicht dann die Erde da ist es und die Erde die nennt man Dirt also versteht schon was ich meine da ist das dann sozusagen abgestuft in den Wörtern gut nächste Höhe ist ja die Höhe und zwar relativ so jetzt machen wir bis hier hin jetzt gehen wir ein bisschen rückwärts jetzt sollte das einfacher gehen ja das bräuchte immer noch hier an der Seite man ist das herrlich ist das schön wow wow da denke ich jetzt eine Arbeitserleichterung von 180% das finde ich schön ach ist das schön hier endlich mal ein bisschen was einfacheres wenn ich nachher denke dass ich hier noch die Verzierung nachher alle drauf kloppe und solche Geschichten ach du Schande ich habe ja so einiges im Kopf wie ich die hier aufbaue und ich kenne jemanden sozusagen der baut ja auch irgendwie eine Kathedrale Kirsche ich habe die noch nicht gesehen ich würde mir die nämlich auch gerne nochmal anschauen ich muss mal gucken ob ich mir von denjenigen mal den Speicherstand die Welt mal besorge wenn die groß genug ist also wenn das jetzt nur so ein zwei kleine Gebäude ist natürlich eher weniger und dann könnte man zum Beispiel auch mir eine Let's Show machen das heißt also wenn ihr auch mal da Interesse dran habt ich habe so und so Gebäude gemacht dann können wir ja mal gucken was wir schön nicht finden also so Ideen halt also jetzt nicht einfach nur so ja ja so Lehmhäuschen fertig lächeln das muss schon Mindestanforderungen und jetzt sage ich Mindestanforderungen Mindestanforderungen sein wie ich baue Mindestanforderungen besser ist immer huge aber Mindestanforderungen ihr kennt ja so Trigardorf ihr kennt ja meinen Diablo 2 Act 4 ihr kennt ja den unteren Bereich Striker Martesdorf ja das ist sozusagen die Mindestanforderung also wenn er die sozusagen erfüllt und meint ja wow wer was wird er gerne zuschicken was ich jedenfalls heute mache ist erstmal schnell schlafen und dann sehen wir wenn ihr wollt mögt könnt dürft und vor allen Dingen ja dürft genau morgen wieder in alter Frische bleib so wird gesund also ciao ciao bye bye und cheerio ja 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 Vielen Dank.